Oder hier, wenn ihr zum Beispiel Fußballfans seid. So ein schönes Werder-Bremen-Poster. So ein schönes Werder-Bremen-Display an eure Wand. Nee, aber es ist einfach super annoying so. Man verliert da einfach so viel CS durchs Existieren. Oh, fuck, die Ult war bad. Ich dachte, sie geht all in. Scheiße. Ja, Leute, ich muss noch ein bisschen reinkommen, okay? Ich muss noch ein bisschen warm werden. Ich glaube, der Chaco rennt runter, weil wir seine Boxen zerstört haben. Oh mein Gott, der ist einfach tiltet, weil wir die Boxen zerstören und rennt jetzt runter. Was ist das für ein Team? Gut, dabei heißt es auch schon X. Day-Day-Day-Day-Day-Day-Day-Day-Day. Gut, so würde ich mich auch nennen, wenn ich ein Chaco spiele wäre. Also ich habe noch nie... Das Game ist jetzt over, also. Wir haben uns jetzt... Wir haben uns jetzt gerade gewonnen, das Game. Chaco Oh mein Gott, ich konnte das nicht äh später machen, weil dann hätte das mit dem Autotick gedeckt. Mit Komet! Oh, er kommt er, er kommt er! Oh mein Gott, komplette News hab ich! Oh mein Gott, das ist einfach so geil! Oh mein Gott, ist das gut, Alter! Oh mein Gott! Nice! Das war richtig insane, Huck! Komplett geil gemacht! Naja, die Lane steht jetzt nicht unbedingt gut zum Ganken, to be honest! Nevermind! Nice! Ja, aber okay! Kann man auf jeden Fall so machen! Kill of me ist auf jeden Fall mehr wert, als Kill of Nami! Fuck halt mein Backport-Timing ein bisschen! Oh, ist okay! Nice! Maxim, danke dir für den Raid! Ja, ich kann da nicht mehr folgen, ich versuche Level 6 noch zu kriegen! Ah, shit, der Evo war scheiße! Ah, wenn ich den Evo gut setze, dann kriegen wir noch einen! Der war echt spät! Na komm, Karsis! Wir sind leider dead! Ah, ein gutes TP von Ryze! Auch in der 0-4s! Ehhhhh!! Ja, ja! Close! Ah, ich bin natürlich auch in Fire hier mit Ash. Aber mein Verschlag ist auch gut! Alter, Swain Ashes ist actually broken, what the fuck, 3 Sekunden Rake, ich bin so fett, nice. Oh, das ist ein guter Twitchspieler und ich glaube auch nicht mehr so Toxic, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne, jetzt hat er immer streamt. Das Game ist ziemlich warm, wenn wir jetzt nicht Giga-throwen. What? What? Oh, so close, Ekko hat nicht geholfen, aber war auch ein bisschen greedy. Das Game ist aber eigentlich, es ist schwerer, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Das war doch mal ein schöner Arrow. Toh, ich bin dumm, hätte ich nicht gedacht, dass wir für den Nash gehen. Komm mal nicht ran, viel zu deep. Das war ein schönes Game, so, von mir. Nice. Lull. Und zwar. Ah, fuck. Du hast schnell geultet. Und gefailflasht. Ja, Puff. Oh. Alles. Noooo. Jaaaa. Nice, nice. Äh, 10. Nein! Er kriegt den auch noch. Scheiße, ich wollte dem Victor nicht den kill geben, fuck. Oh, mir gefällt der Item jetzt so gut, Alter, ich mach so viel Damage. Gehst du noch Triforce, oder nicht? Nee, ich gehe direkt, dann findet ihr jetzt schon einen Full-Crit. Ah, okay. Bin ich so der Fan von Triforce, irgendwie. Komm mal. Alter, der war ja gar nichts gezählt. Ich hab noch Flash, wir können jetzt turnen. Nice. Nice. Oh, da ist ein Stunfeld. Oh, da darf ich nicht reinstecken. Okay, Akkani, guten Tag. Fuck. Ich war so viel Damage, Alter. Boom. Nice. Nice. Ja, nice. Mega buff. Mega buff. Ja, nice. Ich hab noch hier, ich kann baiten. Ich hab noch hier, ich kann baiten. Auch. So, lass ich hier einfach alle Ashtermits unterschätzen. Das ist einfach so schön. Oh, und wer intet wieder? It is the Kayle. Ja. Man, ey. Komm auch. No. Ist halt die hier noch. Ah, Rack. Aber wir können reg mal die TP drehen. Da ist noch keine Ulf. Mann, der war schon wieder so nice. Ich glaube im Film Skokul. So cool. Alter, das ist so fucking rough. Mann, das ist so nice. Na, Eko lebt. Oh no, die Bubble. Ich versuche zu flanken. Oh, können wir enden, oder? Ja, nice. Nein, enden vielleicht nicht, aber... Inhebt zumindest. GG. Okay. Oh, die erste schöne Streak, meine Freunde. Sie gehen weiter.